Sie hören Phosphoreszenz, was dir in dunklen Zeiten Halt gibt, von Julia Baird, aus dem australischen Englisch von Sabine Lengsfeld, gelesen von Ulrike Kapfer, ein Hörbuch des Argon Verlags. Auftakt, ein inneres Licht Es gibt weniges, das uns so in Erstaunen versetzt, wie in freier Natur diesem überirdischen Leuchten zu begegnen. Glühwürmchen, Geisterpilze, Leuchtkäfer, Leuchtfische, Laternenhaie, Vampir-Tintenfische, neonblaue Wellen, die Böden und Dächer unserer Wälder, die Tiefen und Küsten unserer Ozeane wimmeln von lumineszenten Wesen, von Kreaturen, die aus sich heraus leuchten. Sie verzaubern uns seit Jahrhunderten wie Apostel der Wunder, strahlende Boten, die uns das Staunen lehren. Forschungen haben ergeben, dass auch wir im Dunkeln leuchten, ganz schwach, sogar tagsüber. Offensichtlich ist das Leuchten allen Lebewesen gemeinsam. In einer 2009 veröffentlichten Studie wurden fünf junge Japaner mit nacktem Oberkörper in komplett abgeschottete Räume gesetzt. An drei aufeinanderfolgenden Tagen, alle drei Stunden für jeweils 20 Minuten. Mithilfe eines hochsensiblen, bildgebenden Verfahrens konnte nachgewiesen werden, dass alle Probanden leuchteten, am stärksten im Gesicht, und dass die Intensität im Tagesverlauf anstieg und abfiel. Der Studienumfang war zugegebenermaßen klein, und das Experiment ist auch nicht wiederholt worden. Die Autoren der Studie, Masaki Kobayashi, Daisuke Kikuchi und Hitoshi Okamura, schlossen jedoch daraus, dass wir alle direkt und rhythmisch Licht abgeben. Der menschliche Körper schimmert geradezu. Die Intensität des vom Körper ausgestrahlten Lichts ist allerdings 1000 Mal geringer als die Reizempfindlichkeit des bloßen Auges. Vielleicht sind wir doch aus Sternenstaub gemacht. Vor einigen Jahren durchlitt ich eine Phase abgrundtiefen Liebeskummers. Ich verlor über Monate den Appetit und hatte heftige Schlafstörungen. Ich war abgemagert, am Boden zerstört, ohne jedes Selbstbewusstsein. Unter Tränen rief ich meinen Therapeuten an und sagte, ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Er erzählte mir, er hätte einst als junger Mann dasselbe zu seinem Mentor gesagt. Dieser Mann, ein Argentinier, war ihm ins Wort gefallen und hätte entgegnet, jetzt bekommt alles, was dir in deinem Leben gegeben wurde, seine Bedeutung. Besinne dich auf deine Ressourcen, deine Eltern, deine Freunde, deine Arbeit, deine Bücher, alles, was dich jemals beeinflusst hat, alles, was du jemals gelernt hast. Nun ist der Moment gekommen, darauf zurückzugreifen. Und er hatte recht. Welchen Zweck hat das, was wir gelernt haben, wenn wir uns dessen im Moment der tiefsten Krise nicht bedienen? Alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Liebe und Zuneigung anderer Menschen, befinden sich in einer Art innerem Honigtopf, von dem wir in solchen Momenten zehren können. Ich bin aufgrund meiner Krebserkrankung mehrmals dem Tode nahe gewesen. Und heute frage ich mich, wie es passieren konnte, dass ich mich damals von Liebeskummer in eine solch abgrundtiefe Verzweiflung hinabzerren ließ. Ich habe in den letzten Jahren drei große Operationen durchgestanden. Für die dritte und größte benötigte das OP-Team über 15 Stunden. Jedes Mal wurde der Prozess von einer emotionalen Intensität begleitet, die ich zuvor nicht gekannt hatte. Klarheit, Angst, Nervosität, Ruhe, Einsamkeit, äußerstes Grauen, Liebe und Spiritualität. Im Strudel einer Krebserkrankung gehen alle anderen Geräusche unter. Man hört nur noch den eigenen Herzschlag, den eigenen Atem, die Zaghaftigkeit der eigenen Schritte. Selbst wenn man in einer derartigen Krise von der größten Familien- und Freundesschar und der strahlendsten Liebe umgeben ist, die dunkelsten Täler der Krankheit muss man allein durchschreiten. Nach dieser Vergiftung zwang ich meinen Körper in seine Funktionsfähigkeit zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017